Beim traditionellen Picknick am 7. September in Monaco zeigt sich die Fürstenfamilie modisch wie eh und je. Vor allem Charlene von Monaco präsentiert sich einmal mehr in einem absoluten Fashion-Highlight. Die 46-Jährige zeigt sich in einem knallroten Jumpsuit und sieht damit alle Blicke auf sich. Dabei setzt die Ehefrau von Fürst Albert auf einen besonderen Trick. Natürlichkeit statt viel Schmuck und Make-up. Dezenter Ohrschmuck und der Ring am Finger beweisen, dass weniger manchmal mehr ist. Auch Haare und Make-up sind eher schlicht gehalten, was nicht nur ihre Schönheit unterstreicht, sondern auch schlichte Eleganz ausstrahlt. Albert von Monaco präsentiert sich gewohnt stilsicher. Beigefarbene Anzughose, weißes Hemd und dunkelblaues Sakko. Damit liegt er immer richtig. Aber auch die Zwillinge Jacques und Gabriela sorgen für ein besonderes Highlight, das die Herzen der Fürstenfans höher schlagen lässt. Ganz süß und mit schüchternem Blick halten die Geschwister Händchen und posieren so für die Kameras. Da sieht man mal wieder, wie eng die Zwillingsbande wirklich ist.